Na dann, auf geht's. Öh. Ich meine gut, nach so viel Misshandlung, die Ims erfahren, kann das ja nur so krank in deren Kopf aussehen. Du hast das seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Äh. Auge. Tauchen die nur auf, wenn ich mich bewege? Offensichtlich. Und ich kann auch nicht... Was? Gummiente. Kürbisse. Ähm. Schreien. Aha. Na toll. Jetzt hört die tolle, epische Musik auf. Was zum Teufel? Was ist das? Wie lautet die Antwort? Hat sie. Ich hab's auch gehört. Vor allen Dingen hab ich sie ja auch gefragt. Ich glaube, das ist nicht gut. Na ja, er macht das schon. Grafstein. 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 Dass die Gräber derer sind, die quasi aus seinem Leben rausgetreten sind. Ich frage mich, ob man die Ratte angreifen muss. Und natürlich spielen Pilze eine nicht unbeträchtliche Rolle. Diesen Traum. Oh. Äh. Nee, eigentlich sieht auch nicht besonders toll aus. Hä? Du bist schon tot? Nee, du bist tot? Ja. Completely tot. Mehr tot als tot. Du kannst nicht mehr tot als ich. So kann man das Ganze auch sehen. Ich hätte jetzt hier angefangen mit freudscher Traumdeutung oder so'n Kram. Nicht, dass ich davon was verstehen würde, aber... Grafstein. Grube. Ja, jetzt nicht das Beste. Ich bin aber immer noch skeptisch, was diese Ratte und den Schrein und diese Gummienten betrifft. Hm. Da gibt's auch nochmal Körbisse. Vor allen Dingen hat die Ratte, sie hat ja, ähm, Antwort gesagt, angeblich. Ah, Kessel. Ach. Äh. War das jetzt gut oder schlecht? Ähm, aber im Englischen war's Question, also Frage. Und zwar, weiß ich nicht, ob das einfach nur ein Übersetzungsfehler ist. Achso, wir kommen da gar nicht durch. Ach, ich lass die Ratte jetzt einfach mal Ratte sein. Kommen wir offensichtlich auch so weiter. Okay, dann mal hier in diese geheime Lego-Burg. Ähm. Weißt du irgendetwas über ein Amulett? Wo hast du es versteckt? Not where, how is question. Powerful Imp-Spell made Amulett invisible in room with water. Aha. Powerful Spell. Amulett can only become visible with fairy dust. But nobody has. Hm. Nobody can put fairy dust in water. Und doch. Verrückte Geschichte. Das glaubt uns doch keiner. Na, mach mir das jetzt einfach mal. Aber irgendwie bin ich schon froh, dass ich wieder zurück bin. Wir haben so viel Zeug. Bei einigen weiß ich auch schon wieder gar nicht mehr, wo ich das hier hab. Äh. Ich kann den da nicht reintun. Na gut, dann muss ich ihn vielleicht so hier reinziehen. Ja. Herz der Geister. Wow, cool. Dann war dieser Raum ja doch nicht so enttäuschend. Nice. Nun, dann gib mir mal das Schwert. Wo bist du denn? Für den Fall, dass es mit der Ratte noch was auf sich hat. Greetings, Damian. Ich habe das Amulett gefunden. You found it. Excellent work. Take the new Death Knight sword as an addition of reward. Nice. Habt ihr etwas Feenstaub? What do you want? Fairy Dust? I've never heard of it. You're pulling my leg, right? I can't believe that that really exists. Tja, falsch gedacht. Lebt wohl. So, was haben wir denn Schönes bekommen? Ehm. Zweiniges Ranarschwert. Ernsthaft. Aber 68 bis 154 ist auch nicht so schlecht. Naja, wohl. Ranarsch starb. Gezackter Speer. Speer des Fremden. Einzigartig. 46 bis 104. Ist jetzt auch nicht so toll. Todesritterschwert. Und that's it. Na toll. Okay, dann machen wir noch diese abenteuerlustige Zeitreise. Nein, wir sind abenteuerlustig genug, um die Zeitreise zu machen. Mal gucken, ob das gut geht. Wow. Nichts Vernünftiges hier. Doch ein kleiner Heiltrank. Ein kleiner Heiltrank aus der Vergangenheit. Mwahaha. Wow. Das sieht ja interessant aus. Was machst du? Du kannst nicht hier sein. Na toll, jetzt ist schon wieder die Musik abgebrochen. Sie sind wieder den Überresten des Gründers her. Dafür werdet ihr in der Hölle schmoren. Jetzt sind wir für den Niedergang der Akademie verantwortlich, weil es zwei Wachen weniger waren. Nee, eigentlich ist es tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr ungünstig, was wir da gemacht haben. So rein aus. Ja, rein aus taktischer Sicht, rein aus vernünftiger Sicht, aber, naja, was soll's. Der Raum sieht wirklich wesentlich unspektakulärer aus. Erzählt mir von dem Knochen. Dem Knochen des Akademiegründers? Was mit der Belohnung? 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 Schau dir die Blöcke, Mensch! Ach. Ja, toll. Jetzt laufe ich mit so sinnlosen Knochen in meinem Inventar rum und komme trotzdem nicht nach Hause. Diese 200.000 Goldstücke hätten mich wirklich skeptisch machen müssen. Aber wenn der, diese Rana-Vase, dann muss man doch irgendwie rankommen. So, und jetzt bleibt nur noch die Frage. Wir müssen ihm ja noch eine Frage beantworten. Wegen der ultimativen Antwort. Tja, wie lautet denn die Frage? Ah. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja quasi auch von der Ratte jetzt gekommen. Ich glaube nicht. Lebt wohl. Gegenstand erhalten. So, was haben wir denn bekommen? Äh, keine Waffe, soweit ich das sehe. Ähm. Ach er je. Vielleicht sowas hier? Wir sind eindeutig zugepackt. Ähm, dauerhafte Ausdauer und Magietrank. Ein Buch wird's wohl kaum sein. Wir haben Kürbisse aus einem Traum eingesammelt. Wir haben echt ganz schön viel Zeug. Oh, der Todesritter hat doch noch ein Käse dabei. Tja, dann wird das wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Veredelungs-, so eine Veredelungs-Sphäre sein oder sowas. So, dann müssen wir jetzt nur noch das Rätsel mit dieser verschlossenen Truhe lösen und dem Babygeschrei. Aber wie öffnen wir dieses... Können wir vielleicht den magischen Teppich in diese Veredelung reinlegen? Ja, jetzt reicht's. Oh. Äh. Nee, es passiert nichts. Äh. Hm. Tja. Mehr gab's jetzt hier oben, glaub ich, nicht. Das haben wir jetzt aufgemacht. Da gibt's halt die Treppe nach unten. Hier waren wir auch schon. Hm. Also ich hab grad gesehen, wir haben da irgendwie... Weil wir da ja auch diese Gummienten in diesem, in diesem Traum hatten. Was ist das eigentlich für eine komische Pflanze? Wo haben wir die her? Einen Knochen des Gründers, ja. Wir haben da mal irgendwann so ein Teddybär bekommen. Ähm, als wir, ähm, ich glaube ganz am Anfang, als wir da so die ersten Prüfungen gemacht haben, da waren ja auch so random Gegenstände, wo wir auch das Stundenglas und diese komische Gitarre her haben, glaub ich. Äh, vielleicht, vielleicht bringt das ja was. Ansonsten legen wir ihm ein Stundenglas rein und eine Gitarre. Vielleicht bringt das ja was. Oder diese komische Statue. Aber die würde ich als Kind eher gruselig finden. Wow. Das hat sogar funktioniert. Äh, aber es ist... Es ist leer! Oh mein Gott! Es ist verschwunden! Hilfe! Ein Geist! Ja, aber ich dachte... Der macht jetzt dafür hier mal auf, oder so. Oder so. Hm, dann halt nicht. Und was hat es mit diesem magischen Teppich auf sich? Ja, den brauchen wir dann vielleicht nochmal an einer anderen Ebene. So wie das jetzt mit dem Teddy war. Das kann ja durchaus sein. Ähm, ja. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht habe ich das einfach nur übersehen, den Schlüssel. Vielleicht ist es aber auch was, was überhaupt nicht offensichtlich ist. Äh, gucke ich mir nochmal an. Oder haben wir jetzt... Ne, wenn wir den Schlüssel bekommen hätten, dann hätte ich die Truhe ja aufmachen können. Ne, unser Inventar ist an der Stelle einfach leer. Oder vielleicht hätten wir doch die Ratte einfach töten müssen. Obwohl sie uns diesen tollen Hinweis gegeben hat. Ähm, ja, schauen wir mal. Jedenfalls werden wir trotzdem dann das nächste Mal... Ja, eigentlich müsste ich nochmal Schlachtfeld machen. Ja, wenn, dann mache ich das ja eh offscreen. Aber dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Naja, schauen wir mal. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall dann hier diese Treppe wieder nach oben steigen. und uns angucken, wo es dann als nächstes hingeht. Ja, war jetzt doch hier kürzer als erwartet. Na gut. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Zusehen. Zusehen.